Ähm, nee, wegen Pizza, also die von meiner Schwester, das war eine richtige Kalorienbombe. Du hattest Boden, bitte auslassen mal das Teil, jetzt kann ich nicht reden, ich weiß nicht, ob ich mich selber höre. So, äh, du hattest den Boden, du hattest Tomatensauce. Wurst, drei verschiedene Sorten, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Paprika, Zwiebeln, Bratkartoffeln, Ei, Käse, äh, was war noch alles drauf? Tomateklobe. Gurke? Ja, ich glaube Gurke war auch drauf, aber wirklich eine fette Schicht Bratkartoffeln war noch mit drauf. Mh. Die hat so lecker geschmeckt, die hat das Rezept. Das Rezept habe ich heute noch im Kopf, die habe ich, ich wohne jetzt in der 6. Schweiz seit 11 Jahren. Dezember, November, nee, das sind jetzt genau 11 Jahre. Vor 15, 14, 15, 16, vor 17 Jahren habe ich die Pizza gegessen. Da hat es meine Schwester gemacht. Und seitdem habe ich das Rezept im Kopf. Und ich, mir läuft jetzt schon das Wasser um und zusammen, wenn ich dran denke und die werde ich hier mal wieder richtig schön machen. Vielleicht sogar in der neuen Bude und dann mache ich vielleicht ein Video dazu. Oh Gott, ich muss das Fenster zu machen, sonst hört man das gleich, wie es regnet. Geil. Und nichts aus meiner Abkühlung geworden, Alter. Das macht mich jetzt richtig aggressiv. Muss ich halt wieder den Windblauer anmachen. Und dann mache ich vielleicht sogar noch ein Video dazu. Bin mal kurz weg. Ja. Schon wieder. Ich denke mal, so ein Video kommt bestimmt geil. Über selbstgemachte Pizza. Ja, ich wollte noch ein paar Mabel-Seeds herstellen. Automatisiert ist ja jetzt alles. Das kann erstmal rein. Äh, ich brauche erstmal Mabel-Blücke. 48 Stück. Reicht für Surfshids. Wow. Ups Wolke. Ist immer noch schön. Shit. Ah, jetzt geht ja das los. Das wird ja nicht. So. Ach, jetzt habe ich ein Problem. Dann nehme ich den Filter hier auch raus. So, Extract, genau. Dann kann ich das hier unten ausschalten. So, dann müsste trotzdem alles rausgepumpt werden. Da steht da nur Axt. Na, okay. Axt brauchst du nicht. Aber warum nur SIA? ich muss ihn gleich mal aktivieren also 60 100.000 10.000 20.000 unter 30 140 150 60 70 oder so eine rote rüstung in meiner kirche auch da ist doch die rüstung sie sich wusste doch ich hab dir eine gegeben ja aber nicht dann kannst du die will man erst mal wieder geben weil das ist die ich auch hab das so schneller dass du halt so fliegen kannst ich wusste das doch du brauchst das jetpack nicht mehr dazu es ist ja krass was das teile generiert ja aber macht den wieder aus ich weiß nie ob das für lex sorgt das riesenteil ja das sorgt doch nicht für lex mensch sagst du wenn ich schon so einen normalen baum pflanze und das ding sorgt dass das server abschmiert ja ja dann wirst du ja was das für was für lex das ding dann sorgt sie dich aus und spiel mit den klamotten und schick mir ein bild aber es fängt an zu legen das blöcke setzen dauert bei mir extrem lange gerade ach teilweise du und deine nut bilder die du noch von den mädels haben willst deswegen bist du bereit ist ja bloß weil sara die dieses mal keine gegeben hat das ist das und das das muss ich lass das lieber sonst 3 ach so wegen ja gut dann bleibt es heute mal eine mobbing freie folge oder tag oder abend je nachdem darf heute melden sich ja haben wir mal nicht ich will so eine komische lootbacks öffnen die ich hier drin habe wo sind die palim palim hier da koste back und daher wolf 20 back okay oh leute jetzt hat es gelaggt ja ist der dings aus ja ja okay ich habe 470 rare lootbacks 747 770 an coming lootbacks und 1700 common lootbacks aber jetzt spawn erstmal keine mobs bei mir weil ich eine mega torch habe melvin wie geht es dir denn super wo ist er denn überhaupt das ist eine gute frage wieder auf seinem ding ich öffne mal hier ein paar lootbacks gut das kriegt der melvin okay war es einfach nur stein und glas 5 kuchen das stimmt die schwarze mit dem weißen ding gibt es ja da kriegst du ja nur kuchen raus ja kassi und 5 kuchen und das machen wir da am besten das und das spawn chicken spawn chicken aus diesem game kriegst du spawn eier raus für was braucht man spawn chicken eier ich weiß es nicht schon wieder stein und glas kommt man überhaupt falsch haben nein und jetzt habe ich noch so eine komischen beatenbacks oh essen oh leule kriegst du essen ohne ende raus jemand hat mir geschrien das waren deine hunde im hintergrund die die geschrieben haben gib uns endlich essen haben sie doch mensch warum klären sich in ihren namen sind die welt als starox weg war und du gemutet haben seine hunde die ganze zeit gebellt das war so laut na toll was war laut das bellen dann auch hunde als im flur hat man sie gehört ja whatsapp mal ganz kurz reingucken bevor ich weitermache ach so prinzessin von vorne was ist mit kassi so meme review nein also es war einmal ein wunderschöner server märchen in asozialkonzessen von vorne oder exakt ja ein halbwegs guter server da war im sprach channel eines discordius einer mit dem namen prinz von hinten oder ritter von hinten war das ritter von hinten ritter von hinten tut mir leid habe alzheimer also wollte ich in den discord channel gehen und einfach mal die prinzessin von vorne spielen und sagen nämlich aber nicht von vorne sondern von hinten ja heute ist gegenteiltag also nicht von vorne sondern von hinten oh ja du weißt dass ich die aufnahme an habe ich weiß gut und du weißt auch dass ich dieses mal keinen cut setzen werde ich weiß gut und du weißt dass ich dein instagram twitter und weiß der geil was noch alles unter diesem einen video verlinken werde das war wirklich gemein und fies ich bin wirklich schlau ich bin noch nicht mal bei twitter aktiv oder so vor allem ich bin youtuber ich darf das wo ist es nicht so ganz richtig inconsideral性 die 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 Was? Irgendwie muss ich das rein kriegen. Wie kannst du das? Du mein... Borg Borg Was? Ich信 dir. Schön! Geht's euch gut? Ja! Ich versteh's nicht. Ich auch nicht. Borg Schreibt euch grad etwa privat. Ohhhh Ich muss herhalten. So, Blood Magic. Dieser Baum sticht einfach voll ins Auge. Danke. Nicht dein Baum. Also da... Dass ich jetzt drei Sachen auf einmal machen muss, ja? Ist nicht schön. Oh Gott, ich muss so Fenster wechseln. Scheiße. Also... Missing Blood Rune. Okay, ich brauche Blutrunen. Tada! Ja, ich bin auch multitaskingfähig. Nicht. Ich kann denken, gehen und gleichzeitig einen Kaffee schlürfen. Was zur Hölle ist mit den Kuchen los? Warum? Ähm... Die habe ich aus vier Lootbacks gekriegt. Kannst du behalten. Ich finde das jetzt irgendwie nicht so... Warum gibt's keine Blutrunen? Ähm... Zunächst Tier of Blood, Alter. Es müssen nur Blutrunen... Hoffnungsloser... Hoffnungsloser als RTL. Nein... Oh, das ist gechiselt. Chisel... Warte... 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 Ah, hier! Master Ritual Stone... Ritual Stone... Blank oder Blattrunen? Blatt... Äh... Kann mal einer von euch ganz kurz gucken, ob es eine Blutrunen gibt? Ich finde irgendwie nur eine gechiselte. Eine Blut... Lune... Eine Blut... Eine Blatt... Lune... Es gibt ein Blood Stone. Eine Blutrunen... Eine... Eine Blutrunen... Blatt... Ein... Ein Blatt... Tropius... Ein... Ich finde halt wirklich nur... eine gechiselt, wenn ich Blutrunen eingebe... Also direkt... Äh... Blatt und dann Runen. Hast du... Ah... Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha... Hast du so vielleicht jackiert in den Konfix? Äh... Konfis oder so... Ich hab in den Konfis gar nicht rumgespielt bei Blood Magic. das kassi ich weiß doch irgendwie ich antwortete doch so oder so ja was soll ich ein bisschen machen da bin auch da guck meine schöne pizza ist aufgegessen genauso wie das mädchen führe ich mich gerade warum ist eigentlich immer noch ein penis an meiner wand was schön mit licht ach so ich dachte da hast du nicht mal abgemacht habe ich auch nicht weil die hier unten nicht mal eine automatische warte mal ganz kurz mein blatt magic ding hat sich verändert und jetzt kann ich hier irgendwie wer kann diesen wunderschönen gesichtsausdrück nicht widerstehen so stark hat das gerade geleckt hier scheiße ich glaube ich spawn in der luft tschüss ach ist das nicht schön was wir können gleich boot fahren vor unserer haustür ach hat melvin dir geschrieben bei irgendeinem vibriert das telefon nicht meins ich brauche das für spezielle angelegenheiten in einer aufnahme kann ich die kuchen abmachen ja danke hast du noch ein jetpack kannst du mir ganz kurz deine rüstung geben ich wusste nicht nach oben ich wusste nicht nach oben ich wusste nicht nach oben meins ist irgendwie schneller warum hab ich hier verkackt nochmal am pilz stehen ja ich war die ganze zeit mit blood magic beschäftigt ich dachte das wäre auf sich das war ja ich dachte du wolltest das so nein das auch das machen diese scheiß dinge hier von ender.io also es gibt ein weak blood orb es gibt nicht orb, äh rune ich brauche halt wirklich eine rune ich mach dir die rüstung hier rein und sammle ich die rune eine rune eine rune ja eine rune mir wird nur eine gechisselte angezeigt das ist das komische nehm und warum ist das eigentlich nicht nur ein CO2 lol das macht mich ins SACRIFICE SPEED BLANK RUNE SACRIFICE RUNE RUNE CAPITIES RUNE Gesundheit RUNE LAST Ähm Table Da haben wir noch eine Crafting Table so ich habe keine ahnung was du meinst aber egal wo sie dracht da ist drin ich sagt ist doch gleich doch so was wird das jetzt habe ich da reingemacht ich kapiere es nicht dass das buch sagt dem blut ohne oder ist das egal was für eine lato ruhe nehmen ist das hier das hier ist alles leer warum ist es leer